Hey, es hat sich schon abgezeichnet. Ja, jetzt ist es offiziell. Im Dezember hat man schon gemunkelt, dass etwas ganz Großes 2021 auf uns zukommen wird. Ja, jetzt ist es samtlich. LFD Secret Life 2021. Super limitiertes Neujahr-Special. Ja, der Ralf Schmitz, nicht geringere, der ist der LFD König und der Jens Neubeck, der zweimal die LFD Meisterschaft gewonnen hat, letztes Jahr und vorletztes Jahr und die Barber Media Jungs, der Daniel Hauber und der Stefan Bayer haben es wieder möglich gemacht, haben hier ein geiles Event auf die Beine gestellt. Ja, lass mich lang wackeln, ich werde dir zeigen, was das alles hier, alles machbar ist. Moment. Ja, Affiliates Secret Life. Ein super limitiertes Neujahr-Special. Nur für dich. Mit dieser simpelsten Strategie, seit es LFD Marketing gibt, lockere 1538,21 Euro pro Monat verdienen. Also, du kannst ihn weniger als 24 Stunden umsetzen und dazu einen Mega-Bonus im Wert von 1000 Euro dazubekommen. Das Special endet dann in 14 Tagen, 13 Stunden, 38 Minuten und 49 Sekunden. Also, lass dich das nicht ergehen. Hier unterhalb im Werber Schreiben, im YouTube-Kanal, in meinem, unter diesem Video, habe ich dir den Link, wo du dieses geile Event sichern kannst. Also, Fakt nicht lang, gleich loslegen. Ja, schauen wir mal rein, was es alles gibt. Genau. Also, hol dir dein Ticket für den LFD Secrets am 17.01.2021 von 9.30 bis 18.30. Kein Marketing-Trick. Die Plätze und FIP-Tickets sind extrem stark begrenzt und nur kurze Zeit verfügbar. Also, leg sich hier los. Was sind die LFD Secrets und was steckt darin? Ja, die einzigartige und einmalige Online-Event der Marketing-Profis Ralf Schmitz, wie gesagt, Jens Neubeck, Daniel Hauber, Stefan Bayer und Meihal Barth haben sich zusammengeschlossen und das erste grandiose LFD-Ton4U entwickelt. Das Resultat, die simpelste Strategie seit des LFD Marketing gibt. An einem Tag zeigen wir dir live, wie es funktioniert und in weniger als 24 Stunden kannst du das umsetzen. Das Modul 1 wird Michael Barth, also Michael Barth, Michael ist der rechte Handfeuer für König Ralf Schmitz und wird dich an diesem Modul auf die Umsetzung vorbereiten. Also, lass dir das nicht gehen. Ja, das zweite Modul, und da startet er dann am 11 Uhr mit Jens Neubeck. Jens ist der Gewinner der ersten und zweiten deutschen LFD Meisterschaft. Also, innerhalb von zwei Jahren hat er locker viele Remit-Marker in den Schranken gewiesen. Also, er weiß, von was er spricht. Also, auch ein geniales Modul. Das Modul 3, nichts geringeres als die Barber-Media-Jungs, Daniel und der Stefan, die werden dich an die Hand nehmen und dir dieses Online-Marketing und die YouTube-Kampagnen und Kanäle verantwortlich. Die beiden stellen dir in drei Teilen ein unglaubliches YouTube-Ads-Paket zusammen zur Verfügung, mit dem du sofort starten kannst. Also, nichts geringeres, also schon dieser Kurs ein geniales Wert an diesen drei Modulen. Und nicht zuletzt, Modul 4, nichts geringeres als am 16 Uhr, Ralf Schmitz selber. Im letzten Modul geht es um Reichhaltung, Untergrund, Hacks zum Traffic generieren und E-Mail-Marketing. Niemand kann ihm bei Melle für die Marketing-E-Mail-Kampagne das Wasser reichen, das weiß jeder. Also, lass mich an den Ralf Schmitz einmal selber springen, was er sagt. Dieses Ding ist ein echter Megakracher. Sechs Monate Vorbereitungszeit mit fünf Profis. Das Ergebnis, die simpelste Strategie seines Affiliate-Marketing. Und das sagt dir kein geringerer als ich, als der Affiliate-König, der 14 Jahre schon Affiliate-Marketing hat. Aber hier ist uns ein Meisterstück gelungen. Und dazu komme ich gleich. Zuerst mal möchte ich an der Stelle sagen, mit dieser Strategie ist es möglich, aus dem Stand heraus, 1538 Euro pro Monat zu verdienen. Kein Branding, nichts. Wir sprechen hier bei den Affiliate-Siegeln, bei einem echten Neujahrskracher, mit dem dein 2021 zum Raketenstart wird. Wir sprechen hier von einem Affiliate-Done-For-You-Paket, was es in dieser Art und Form noch niemals gab. Lass mich dir versichern, das gab es so noch niemals. Kommen wir zu den Details. Also, hier ganz unterhalb, wichtig, hier kannst du gleich hier loslegen und damit dir dein Ticket sichern. Bonus, ein Bonus, überraschendes Paket. Also die ersten 100, wo wir hier bestellen, bekommen natürlich auch noch ein kleines Paket. Im Wert von 200 Euro. Ein Omco-Ticket, das natürlich nächstes Jahr gilt. Solange es dieses Covid natürlich dann erlaubt, dann wird dann dieser Termin freigegeben, wann das dann stattfinden wird. Also hier hat man ein Omco-Ticket im Wert von 200, inklusive, wenn man natürlich gleich handelt. Also hier unterhalb dem Video, nicht gleich facken, gleich bestellen, dass du unter den ersten 100 dabei bist. Ja, also in eurer Spezels, das natürlich jetzt hier um 299, zeigt dir genau, was dich dann erwartet auf dieser Seite, wenn du dich bestellst. Dann wirst du auf eine sichere Seite über Digistore geleitet. Hier hast du deinen Preis drinnen, was es kostet, inklusive Mehrwertsteuer. Hier fülle deine Daten aus, als Privatperson oder Unternehmer, suche deine Zahlungsanbieter aus. Und du wirst natürlich dann alles Schritt für Schritt durchgeleitet in Form von einer E-Mail. Du bekommst eine E-Mail-Bestätigung, dass du das auch bekommst und dann sicher an diesem Event bist. Ich habe mir den schon gesichert, also facken nicht hier lange unterhalb dem Video. Nicht lange drum facken und gleich hier anmelden. Ja, sollte dir das Video gefallen haben, vergiss nicht meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Und dann bist du immer fortlaufend am Geschehen dran, wenn ich hier wieder etwas Neues für dich, einen kostenlosen Content hier auflade. Also nütze diese Chance und sei dabei. Dann wird das 2021 ein spezielles Jahr für dich. Also hier wird das von Anfang an angezeigt. Also für jeden Anfänger, vom Vorgenschnitt bis zum Profi, hier hat jeder die Möglichkeit, hier dabei zu sein. Also hier Glocke betätigen, abonniere meinen YouTube-Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss, dein Heinz bis zum nächsten Video.